Lilly, es tut mir leid, aber du siehst, hier wird gerade gearbeitet. Hier wird Kuchen gebacken, hier wird gestaubsaugt. Da ist es einfach ein bisschen lauter. Schatz, stört dich das? Ja, aber Maus, irgendwann müssen wir das machen. Du warst gerade draußen, ich wusste nicht, dass du reingekommen bist. Ja, wir hören doch jetzt auf. Schau, ist schon alles aus. Bist du zufrieden? Möchtest du vielleicht ein Leckerchen haben zum Ausgleich? Jetzt warte mal. Wenn der Aramis das hört, kommt er bestimmt auch gleich. Maus, ich warte. Ja, ich mach ja schon. Schau, ob der Aramis auch gleich kommt, der schläft noch. Hol dir eins raus. Oh, Schatzi, so. Aramis! Oder ist der gegangen, weil es ihm zu laut war, Lilly? Was meinst du? Ich glaube, der ist gegangen. Noch eins? Schatzi, an deiner Technik. Oh, zwei gleich. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob der Aramis überhaupt da ist. Jetzt schauen wir mal. Aramis, Schatz, bist du überhaupt da? Schatzi, nein. Du bist da, warum kommst du denn nicht? Guck mal, hast du es nicht gehört? Schau mal. Magst du auch welche? Was ist los? Oh, sag mal auf. Oh, ja. Oh, ja, fein. Du hast eine bessere Technik, gell? Magst du noch eins, Schatz? Hm, dir war es zu laut. Dir war es nicht geheuer. Eins noch, komm. Ja, fein. Super. Super, mein Schatz. Lilly, aber du hattest schon drei. Schatzi. Du hattest schon drei. Ja, okay, das stimmt. Okay, eins noch. Okay, eins schnell ist, dann ist wirklich schloss. So.